Es geht bei den Werkzeugen weiter und zwar mit der Goldschaufel. Viele Werkzeuge fehlen gar nicht mehr und jetzt machen wir eben die Goldschaufel und dazu gehen wir in Assets, Minecraft, Textures, Items und dann suchen wir einfach mal nach Gold und dann finden wir hier die Goldschaufel, die ist genau hier. Die öffnen wir mal mit pen.net, aber wir brauchen natürlich noch andere Sachen auch noch. Zum einen öffnen wir die Goldaxt für die Farben und wir brauchen noch andere Schaufeln, okay, dann nehmen wir die Eisenschaufel und wir haben hier weiter oben die Diamantschaufel, also Eisen und Diamant haben wir bereits gezeichnet und jetzt müssen wir eben Gold machen. Und wir machen die Schaufeln wie immer so, dass eben die Schaufel nach links oben zeigt, damit das eben so aussieht, als würde man wirklich graben und praktisch in der Erde so reinstechen, aber ihr kennt das bestimmt. Und eine Sache fällt mir gerade direkt auf und zwar ist die Diamantschaufel hier rechts unten und die Eisenschaufel links oben und ich glaube, das war ein Fehler und eigentlich müsste die Diamantschaufel ebenfalls da oben sein. Das werde ich jetzt ändern, das heißt, das wird dann gespeichert und das muss ich dann eben auch in die neue Version reinmachen, aber wir kopieren uns jetzt einfach mal hier einen Stock, den Standardstock, damit wir mal ein bisschen anfangen können. Alles kommt zuerst weg, so, okay, dann beginnen wir mal mit der Form und wir nehmen dafür einfach mal irgendeine Goldfarbe. Ich nehme jetzt am besten die hellste und wir haben bis jetzt immer nur spitze Schaufeln verwendet und die sind alle, die haben gar nicht mal so einen großen Unterschied. Aber jetzt müssen wir mal eher so eine Schaufel machen, die eher in die Breite geht und dann eben am Schluss erst so die Spitze bekommt. Also ich würde sagen, dass wir das ungefähr so machen. Ja, das ist eine abgeflachte Schaufel, die nicht so eine krasse Spitze hat, sondern die wirklich, ich weiß nicht, wie, ja, ist egal. Aber so könnte es schon mal ganz gut aussehen. Also das ist dann praktisch eine Schaufel für den Sandkasten sozusagen, denn es gibt nichts grobkörniges, wo man richtig reinstechen muss, sondern einfach was Leichtes. Und das wollte ich einfach mal machen, dass wir so eine Schaufel ebenfalls haben. Der Stock ist noch zu kurz, den verlängern wir noch und die zwei Pixel, die setzen wir hier noch hin. Allerdings, Moment, das ist die falsche Farbe. Wir brauchen natürlich wieder so eine Veredelung, ja, so eine Veredelung wie hier, dass wir hier wieder diesen Stein haben, den Edelstein oder wie auch immer. Und den kopiere ich mal und den setzen wir wahrscheinlich wieder hier hin. Ich glaube eher hier, denn da passt es natürlich besser. Genau, und die Spitze könnten wir vielleicht auch noch besonders machen. Bisher haben wir so einen Knopf gemacht und gar nichts. Also ich meine jetzt nicht die Spitze, ich meine jetzt hier den Griff. Vielleicht könnten wir da jetzt mal sowas machen, dass irgendwie so, das ist glaube ich komplett falsch. Ne, das passt so, aber das sieht nicht gut aus. Wenn wir den Pixel noch weg machen, wie sieht das aus? Das sieht natürlich nicht okay aus, aber vielleicht so. Ja, das ist dann so ein Griff, der könnte passen. Wenn ich das noch weg mache, dann passt er so. Ja, ich glaube den Griffen lassen wir jetzt gut, aber da müssen wir natürlich mit den Farben noch gucken. Denn wir brauchen hier jetzt natürlich mehr Farben. Und ich glaube wir sollten dann das hier heller machen. Also die dunkelste Farbe, die bleibt hier. Dann brauchen wir noch eine hellere Farbe, machen wir das zuerst. Das heißt, die kommt dann, oh Gott, ich habe es dunkler gemacht. Die kommt, das ist genau dasselbe ungefähr. Genau, die kommt hier hin. Und eine hellere machen wir noch, die kommt dann hier hin. Genau, und hier wird es dann eben, ja, da ist jetzt die Frage, ob wir noch dunkler gehen oder ob wir das hier als dunkelste Farbe lassen und einfach nur heller gehen. Ich glaube wir nehmen aber, dass wir hier einfach heller gehen. So, das machen wir noch heller. Und einmal noch, damit wir so einen guten Übergang haben. Das ist jetzt ungefähr dieselbe Farbe, die brauchen wir, müssen wir das doch dunkler machen, aber so ist okay. Wenn wir jetzt die Farbe nochmal nehmen und einen dunkler machen, sollte es komplett passen. Pinsel, so. Okay, ja gut. Das hier unten ist halt schon sehr hell, muss man schon dazu sagen. Ich glaube ein bisschen dunkler müssen wir es schon machen. Passt das so als Übergang? Ne, das ist dann schon, das ist dieselbe Farbe, fast dieselbe Farbe. Ich nehme nochmal die hier. So. Das ist kaum zu erkennen, der Unterschied. Da müssen wir schon 82 nehmen. Aber das war ja das, was wir eigentlich je immer verwendet haben. Okay, ja gut. So sieht es eigentlich okay aus. Und die Farbe, ja. Jetzt haben wir es ein bisschen dunkler gemacht. Passt so. Jetzt brauchen wir noch die Farben hier bei der Schaufel. Wir sind glaube ich von rechts oben nach links unten gegangen, schon in der Helligkeit. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal die dunkelste Farbe hier von der Schaufel. Eigentlich sollten wir ja von der hellsten anfangen, denn wir haben ja die hellste hier verwendet, hier unten. So, das heißt, hier muss dunkel, das kommt hier hin. Dann, das war die zweithellste, jetzt kommt die dritthellste, die kommt dann hier hin. Ich glaube, wir brauchen jetzt ziemlich viele Farben sogar. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Ja, das brauchen wir viel mehr Farben. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier, jetzt kommt die Farbe dran. Die kommt dann hier hin. Und die dunkelste, da sind wir jetzt schon fertig. Das passt natürlich nicht. Die dunkelste, die setzen wir hier. Und jetzt müssen wir das ein bisschen anders machen. Also, wir haben jetzt hier 81, wir haben hier 77. Dann können wir noch einen 79er Wert einbauen. Der kommt hier hin. Der ist aber kaum ein Unterschied zu erkennen. Sollten wir vielleicht 78, ja, das ist noch dunkler. Dann nehmen wir 80, das ist schon besser. Dann kommt eben die Farbe hin. Ja, das passt. Und dann gehen wir heller. Moment, das hier, die Farbe. Die Farbe ist 85. Dann gehen wir mal auf 83. Mal sehen, wie das aussieht. Das ist schon ziemlich... Ich will das mal hier so aus. Ne, das passt nicht. Das ist jetzt blöd. Na gut, ich setze mal die Farbe hier hin. So, die Farbe hier in der Mitte, die haben wir ja schon lange verwendet. Die kommt jetzt mal komplett weg hier. So, okay. Die Farbe und die Farbe sind... Das ist dieselbe Farbe. Die Farbe, die setzen wir einfach mal hier hin. Und jetzt können wir hier noch zwei Farben einbauen, hoffentlich. Zwei komplett neue. Okay. Zum Beispiel. Die Farbe, die machen wir dunkler auf 89. Ja, das ist ein komplett anderer Farbton auch. Das ist so das Problem gerade. Ein 92er Wert könnten wir theoretisch... Ja, das ist noch dunkler. Den könnten wir hier setzen. Oh, so ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht jetzt im Moment. Aber der Übergang von der Farbe zu der Farbe, die passt noch gar nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil wir hier den Stein gemacht haben und dann irgendwie das hier rundherum ein bisschen mit einer anderen Farbe gemacht haben. Ich glaube, das hier ist jetzt gerade die Ursache. Wir gehen mal auf 90. 90 ist ungefähr dieselbe. 89. Äh, nee. 88. Das wird jetzt nur mehr dunkler. 91 wäre die Farbe. Okay. So. Dann gehen wir auf 90. Wir müssen das jetzt praktisch nochmal komplett neu überarbeiten. Okay, das passt nicht. 88. Dann gehen wir auf 87 runter. Wie sieht das aus? Ja. Ja, der Verlauf, der steht schon besser aus. Ja. Passt soweit. Okay, 85. Ja, schon besser. Ja, okay. Also der Übergang, den wir bei der Axt genommen haben, den haben wir irgendwie eigen gemacht. Aber so ist es dann in Ordnung. Und ich glaube, ein Pixel habe ich da vergessen. Und zwar der hier. Soweit ist das jetzt okay. Aber wir haben ja alles hier links oben positioniert. Das heißt, hier müssen wir die Spitze ebenfalls hier links oben machen. Und dann ist die Schaufel eigentlich fertig. Es sei denn, wir haben noch irgendwas zu tun. Vielleicht hier noch irgendwie, dass wir den Rahmen hier wieder verwenden für den Stein. Der würde dann hier platziert werden und eventuell... Ja, eigentlich müssten wir den hier platzieren, aber das passt nicht. Ne. Hier platzieren wir den nicht. Aber hier passt das auch nicht wirklich. Ne. Wir lassen es so mit dem einen Stein hier. Hier liegt jetzt unsere Goldschaufel. Und die vorherigen waren eben die Diamantschaufel und die Eisenschaufel. Und jetzt haben wir eben die Goldschaufel. Diesmal nicht mit so einer Spitzenpitze, sondern wieder mit einer abgeflachten, also sozusagen eine Sandschaufel. Und auch der Griff passt dazu ziemlich gut. Und so sieht die jetzt eben aus. Also die hat wieder diesen klassischen Edelstein, wie bei allen anderen Goldtexturen von uns. Mich würde jetzt natürlich wieder interessieren, wie ihr diese Goldschaufel hier findet. Also bewerten in Schulnoten von 1 plus bis 6 minus. Die aktuelle Version mit dieser Textur könnt ihr wieder auf der Webseite runterlassen. Lasst noch einen Daumen da und dann sage ich tschau und bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich tschau und bis zum nächsten Mal.